Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wessen Gewölbe ist das eigentlich? Anzunehmen bei Schuppenkommandantin Gluthal, in der Saraleköhle. An dieser Stelle vor Questswaben, Maulwurfwettung und Forschungsergebnisse zusammentragen. Nun heißt es, sprecht mit Gluthal. Ich bin bereit. Nun geht es in diese Richtung. Und das sind wir auch schon. Bestes abzugeben bei Schuppenkommandantin Gluthal, in der Saraleköhle. An dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte seinen Abonniertknopf ein. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr noch auf Twitch vorbeischauen zu meinem Kanal. Link dazu ist in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.